Hallo und willkommen zum ersten Video im Jahr 2019 auf meinem Kanal, vielleicht sogar in ganz YouTube Deutschland, weiß ich nicht, auf jeden Fall wollte ich diesen kleinen Neujahrsgruß mal loswerden, mache ich ja jedes Jahr und ich hoffe ihr seid gut reingerutscht, werdet jetzt auch noch schön feiern, ein paar Raketen steigen lassen und eventuell auch bei meinem kleinen Livestream, der später noch stattfindet, ich weiß nicht ganz genau wann, vielleicht irgendwie am Abend oder so, mal gucken, ja und euch da auch noch ein bisschen was erzählen, wie das jetzt dieses Jahr weitergeht. Wenn ihr das Silvester Special gesehen habt, wisst ihr ja um meine Situation und was die Let's Play Projekte angeht und die Streams auch und da werde ich ein bisschen was zu erzählen, werde ganz entspannt ein bisschen zocken, ein bisschen quatschen und dann würde ich mich freuen, wenn viele von euch, nüchtern oder nicht, vorbeischauen auf jeden Fall und ja, wünsche euch jetzt noch eine schöne Nacht, das war es von meinem kleinen Neujahrsgruß und ich hoffe eure Vorsätze oder das, was ihr euch vorgenommen habt, gehen in Erfüllung und wir sehen uns dann später im Livestream, hoffentlich, macht's gut und bis später, ciao!